Hallo und herzlich willkommen bei unsere Buchtipps. Heute möchte ich euch das neue Buch von Werner Betzing vorstellen. Die Alpen. Seit 40 Jahren forscht der Geograf Werner Betzing zum Thema Alpen und bemüht sich den Erhalt dieses wichtigen Natur- und Kulturraums zu befördern. Diese erweiterte Neuausgabe seines 2005 erschienenen Bandes ist mit zahlreichen neuen Bildern und einem komplett neuen Text versehen, der aktuelle Entwicklungen aufgenommen hat. Betzing zeigt, welche Alpenbilder existieren und wie sie unsere Wahrnehmung prägen, stellt die Landschaften im Naturzustand und die traditionellen Kulturlandschaften vor. Dann widmet er sich der Modernisierung der Alpen, der heutigen Situation und wirft einen Blick auf die Zukunft und mögliche Perspektiven. Eine eindrückliche Darstellung des fundamentalen Wandels in den Alpen und ein Plädoyer für einen respektvollen Umgang. Die Alpen erschienen bei WBG Thais.